Die Schwarz-Rot-Klinik. Wer sind die denn? Schon wieder die Zeugen Jehovas? Nein, das ist die Bundesregierung auf Kuscheltherapie. Da hab ich dem Spahn K.o.-Tropfen ins Getränk gemischt. Meine Zunge ist lahm. Die Diagnosen sieht nicht gut aus. Seehofer hat Islam-Tourette. Jens hat Spahn-Drang. Und was redest du? Ihr könnt's mit einer Musik-Therapie probieren. Stellt ein paar Mikros in den Garten. Hier eure Plauderkolben. Jetzt harmonisch alle zusammen. Peter, Hubi, Andi. Nicht so lahm. Der Professor schaut oben zu. Rock'n'Roll. Alles in allem war es ein gelungener Auftakt. Das war ein sehr guter Auftakt. Ein sehr guter Auftakt. Hm, ja. Das macht Hoffnung. Und wie kriegen wir jetzt noch die Chefin harmonisiert? Vielleicht mit Voodoo? Super, Herr Professor. Eine Merkel-Puppe. Da möchte man gleich eine Stecknadel reinpiksen. Ich dachte mehr an Kitzeln. Das hebt die Stimmung. Ihr habt den Hutten weg. Das wollt ich nicht. Gibt's doch keine Ausschale? Ja, bitte. Ich dachte nicht. Das macht den Hutten. Ich habe mich aufgerufen. Vielen Dank.